Willkommen zurück bei Mirror's Edge! So, wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben, logischerweise, nicht versprochen und so. Den Koffer habe ich übrigens nicht mehr geholt, aus der letzten Folge, die ich da oben gesehen habe. Das will ich dann wirklich später in einem Koffer-Run machen. Und wenn ich das denn mache, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe unten gesehen, da war eine Tür, aber das ist ein Köfferchen. Jo, ich wüsste eigentlich auch, ob man sonst hier hochklettern kommen sollte. So, weiter durch die Tür. Ich sehe mir gerade die Baupläne an. Es ist ein Labyrinth und es ist ruhig. Aber wenn ein Vogel im Spiel ist, werden sie wohl in der Nähe des Daches sein. Du musst dir einen Weg nach oben suchen. Hier scheint zu zu sein. So, Labyrinth klingt nicht so doll. Oh, was war denn hier die Blenderei? Komme ich da hoch? Tatsache. Lüftungsschacht! Ich stehe mich voll drauf. Ich stehe mich voll drauf. So. Ich warte noch auf die Zeit, in denen sie in Amerika Lüftungsschächte bauen. In den ganzen Personen passen. Wow. Ich glaube, ich bin verpflichtet zu fallen. Tatsache. Wäre egal gewesen. Das heißt dann wohl, nein. Ja, genau. Das heißt nein. Richtig. Er warte nicht immer so viel vor mir. So. Oh. Oh. Wow. Wow. Also derjenige, der da aus der Tür rauskommt, hat echt Glück. Was? Ist das euer Ernst, Leute? Da oben? Na gut. Hätte ich mir denken können, ne? Habe ich da irgendwie drauf? Ja, das kennt. Hinhau. Warum ist hier eine Stange, wenn hier eigentlich gar nichts ist? So. Habe gedacht, da liegt jetzt noch ein Köfferchen oder sowas. Ja, das war praktisch. Das war echt der klügste Zug seit lange von mir. Nein. Das war noch klüger. Ach komm schon. Ran da jetzt, ey. Nein. Was wird denn das hier? Aria, solltet ihr ein Quietschen hören, dann tut's mir leid, das ist mein Stühlchen. Scheiß Beleganschaffungen. Ihr wisst schon. So. Jetzt bin ich oben. Guck da. Cool. Wie praktisch. Ah, schön windig hier. Schön kühl, angenehm. So. Wieso macht ihr da eine Leiter hin, wenn sie da eigentlich total keinen, also wirklich gar keinen Sinn hat? Jaja, ich bin wieder viel zu kritisch heute, ich merk's schon. So. Ich weiß nicht, wofür das Ding ist, aber das sieht gut aus. Soll ich da hoch oder soll ich erstmal da drüben lang? Da war ja auch noch ein Weg. Da muss auch irgendwo noch ein Köfferchen sein. Da oben. Nö, ist gar kein Weg hier. Naja, egal. Geil. Joa. AC 07. Wo auch immer wir gerade sind. Ich weiß es nicht. Nicht. Oh, das sieht gut aus. Das... Wow. Ich hätte niemals einem Kopf vertrauen sollen. Er gehört zu Ropeburn. Ich wette, er steckt bis zum Hals in dieser Icarus Sache mit drin. Ich mach mich auf den Weg nach oben. Mal sehen, was ich über Pope und Kate rausfinden kann. Ich muss doch irgendwo einen Aufweg geben. Eine These? LOL. Ach, ist das cool. Hui. Kaputter Macher. Ich finde das richtig toll. Keine Köfferchen hier. Ich glaube ich schaue auch gerade irgendwie zu viel nach Koffern, oder? Ich glaube ich mach das mal ein bisschen weniger und zeig euch mal mehr vom Spiel. Als hier die ganze Zeit Köfferchen zu suchen. Das sieht doch hier ganz gut aus. Ähm, Sim. Kommen wir hier gleich nochmal hin. So nach dem Motto Flucht oder so. Okay. Jetzt wirds lustig. Hatsch. Hat er dich verschickt? Ihr könnt beide zu heile gehen. Niemand bedroht sich. Richtig erschreckt habe ich mich gehört. Wow. Du Freak! Ja, mir gehts gut. Freak, man. das ist nicht fair heißt das ich muss jetzt gegen den kämpfen oder was die beide niemand hat ja mir geht's gut noch mädel noch nein 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 nicht schon wieder bitte ey ich bin keine katze ich habe keine sieben leben ich habe mehr so das ganze jetzt nochmal oh Gott ich wollte gerade springen und einen Jump Kick machen aber das ging auch nicht doch ich bedrohe dich kann man das nicht unterbrechen das habe ich dir schon alles gesehen so hey alles toll meine Stange Keule lacht er gerade du solltest schnell reden deine Hände fangen an zu schwitzen du hast Kate Connors reingelegt richtig die Polizistin klar es muss dein Kopf sein oder ich kümmere mich nicht um Politik wer hat Pop erledigt du nein ich hab jemanden angeheuert Wien einen Profi wir treffen uns morgen um zwei im Atrium des Einkaufszentrums du erkennst ihn schon warum war Miller hier ha 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 bist du sicher dass du das wissen willst zieh mich hoch dann reden wir vorsicht Faith wenn du mich links bist du Matsch klar klar shit Merk hier schießt jemand Ropen hat erwischt was zur... die Cops lösen die Party auf also verschwinde oh das wird lustig jetzt bin ich tatsächlich wirklich tatverdächtig wahrscheinlich auch noch den getötet zu haben ich wollte doch nicht mehr nach Koffern schauen Mensch immer diese Kofferschausucht ja ist doch nicht normal na gut komm schon komm schon Falschrichtung komm komm schon Hauptsache das Ding geht zu Oh Oh Scheiße Merk Leute Hallo ich wünschte sterben ja 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 heftig heftiger shit so klub sie ist verkauft zum stark öffnet die verdammten Türen ja 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 scheiße wie mache ich ihn jetzt so oben fertig wie mache ich ihn jetzt so oben fertig der campt ja da ich habe gerade keine ahnung wie man das machen soll da unten in der ecke also wirklich keine ahnung ich überlege die ganze zeit aber mir will da nichts sinnvolles einfallen das war aber jetzt schon etwas extrem findet ihr nicht ok ich kann ja jetzt alle zerlegen eigentlich ne dann geht die Tür ja nicht auf danke Pussy wow fettes Teil fuck ey geh weg im der just w der kropp so im folge ne kann ich nicht so und dann hätte ich zumindest unten den Typen erschießen können ist die waffe gerade mit geflogen das heißt ich könnte theoretisch im flug okay das sieht doch ganz lustig aus okay das war jetzt ein schnelles aus so mal gucken ob das heute überhaupt los wird hier mit dem level war danke so der aufzugsschacht ist der schnellste weg der einzige weg daraus du musst den lift in gang setzen egal wie hat geklappt fuck you yeah ja 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 bis wacke nein im ernst aber hier ist ein koffer man hätte es erwartet kumpel ich würde sagen dich hat es erwischt oh wieder voll rund hier im moment Checkknife hat nur recht gehabt, dass Loppern dahinter steckt. Ich frage mich, wer dieser Profi ist. Ich verstärk dein Signal, such du einen Weg. Achso. Hört sich nicht so gut aus, da ging es auch. Hier geht es noch lang. Ist aber auch nichts, toll. So, dann habe ich den Weg und Ja, ich denke mal, damit komme ich da hoch. Da geht es auch nicht, Wicke. Machen wir es so. Muss ich ja nicht verwenden, die Stange da, aber. Das Signal steht. Scheint, als hättest du Ruhe vor den Cops. Für den Moment. Die Haltestelle Riding Park scheint geschlossen zu sein. Irgendwelche Renovierungsarbeiten. Ruhe ist gut. Muss auch mal sein. Das klingt aber nicht nach Ruhe. Oh Mann, die Cops kommen in die U-Bahn. Du holst weiter runter, safe. Warum laufe ich dann hoch? Mein Gott, ey. Mein Gott. Verdammt. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Ich habe mir auch den ganzen Tag nichts besseres zu tun, als mir den Weg abzuschneiden. Wow. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Das Schlechte ist jetzt, dass das Ding hier geschlossen ist. Also ich könnte jetzt nicht einfach so in die Bahn steigen und abbauen, nein. Fuck. Ich habe gerade aus Versehen die Waffe weggebogen. Also eigentlich dachte ich ja, ich sollte ihn ausweichen, aber wenn möglich. Am Ende des Bahnsteigs gibt es einen Zugang zu den Gleisen, könnte ein Fluchtweg sein. Ich bin im Ernst. Alter, an welchem Takt fahren die hier denn? Komm, futter. Schnell, Baby. Los. Boah, ist das heftig hier. Ist das heftig. Leute, im Ernst mal, das ist so heftig, das Game. Das hier dürfte gerade mal Folge 4 oder 5 sein, also... Boah, Hammer. Out of order, override switch in my office. Ich würde sagen, ein bisschen abgekürzt ist, ist mir aber egal. Dank Kuba. Achso, ah, lol. Das wäre immer ein Weg nach oben gewesen. Den ich hier überflüssigerweise ausgelassen habe. Wow. Im Ernst? Okay, ich warte auf den nächsten, dann laufe ich. Dann laufe ich. In ein paar Sekunden habe ich ja scheinbar Zeit. Boah, blendet der. Die Kops kommen näher, bewegt dich, Faith. Ja, ja, ja. Verliebe dein Signal. Kann man die öffnen? Ah! Ah! Das ist um nichts erschien, die Leuchte. Das weitergeht, muss man nachher noch drauf rumklettern. Na, komm schon. Wow. Ja, der hat mich dann zersäbelt. So, Leute, ich werde hier mal einen Cut machen. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge, würde ich sagen. Weil das hier ist alles gerade relativ heftig. Ähm, ja. Schauen wir dann, dass wir das alles in der nächsten Folge packen, ja. Und, ähm, wir sehen uns. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.